Ich gehe mal am PC. Oh, Kevin ist online. Hi. Wie geht's? Gut, und dir? Gut, wie heißt du? Katja und du? Kevin, wo rund? Kleine Straße 72. Wollen wir uns treffen? Nein, tschüss. Okay, okay. Ich gehe mal schlafen. Kevin macht sich auf den Weg zu Katja. Nein! Und hier unser Chat-Tipp.